Ja, ja, aber dann bin ich auf dem Kopf. Doch, ich bin auf dem... Ah, das dreht sich. Das sind Spieler Outtakes, ey. Wie kann man das löschen? So Leute, ich und du sind auf dem Weg nach Berlin. Adidas hat uns eingeladen zum... Der Zug kommt schon. Zum Adidas-Creditor-Event. Da werden wir auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wir sind gerade in Göttingen. Warten auf dem Zug. Hier ist er. Ich melde mich dann aus Berlin nochmal. Wir sind jetzt tatsächlich in Berlin am Hauptbahnhof. Und wir werden jetzt erstmal was essen. Also, weil ich zumindest mega Hunger habe. Ich weiß nicht, wie wir es bei Fabian anschauen. Und danach werden wir mal schauen, wie man ins Hotel kommt. Aber noch nicht so sicher am Plan. Aber das werden wir dann schon irgendwie hinkriegen. Mit Freestyle Kicker Power. Wir sind jetzt im Hotelzimmer. Und wir müssen sagen, dass es saugeil ist. Ihr seht es immer als Bad I like schon. Das ist echt der Wahnsinn. Hier eine mega große Dusche. Kann man sich reinlegen. Dann hier, ihr seht schon, die schwarze Schleife. Man denkt, es ist ein Spiegel. Wenn wir genau hinschauen. Dann haben wir da drin auch noch Fernsehen. Also richtig geil. Adidas, wir danken euch. Wir danken Adidas von ganzem Herzen. Hier sieht man nur einen Blick aus dem Fenster raus. Auf die Stadt Berlin. Du bist wunderbar. Ja Leute, wir sind jetzt am RAB Gelände. Ist ein bisschen versteckt. Aber jetzt seht ihr schon. Ja, Predator Instinct überall. Auf jeden Fall am Start. Jetzt sind wir mal gespannt, was es hier so alles gibt. Und ich melde mich gleich, wenn wir drin sehen. Ich bin... Hey, stell mich einfach an die Tür. Hier ist nix. Hordinier. 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 Shit! So Leute, guten Morgen! Wir sind aufgewacht, es ist jetzt glaube ich 10 nach 9 oder so. Wir gehen jetzt gleich frühstücken. Heute ist wieder Abreisetag. Also um 11 geht unser Zug wieder zurück nach Augsburg. Auch wenn es nur ein Tag war, war richtig cool hier. Wir waren gestern nämlich nur an der Spree cockt. Am Abend haben noch ein Cocktail geschlürft. Und auf jeden Fall richtig cool hier und bis zum Frühstück! War auf jeden Fall ein cooles Wochenende auch wenn es ein bisschen kurz war. Instinct Cage hat Spaß gemacht, gell? Ja, war echt cool. Ich sag mal, ich hab mich ein bisschen blamiert. Es geht ja auch um Spaß. Genau. Als Torwart kann man sich das schon mal leisten. Genau. Und ich hoffe euch hat's gefallen. Ihr könnt's hier das letzte Follow Me Around anschauen. Hier unten abonnieren. Und das war's von uns. Raus rein Leute. Ciao. Ciao.